Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Feilchenessig. Der Feilchenessig rundet jeden Salat mit einen sehr milden Säure ab, der Würzessig ist ein Essig, der durch Zugabe von Kräutern, Gewürzen oder Früchten aromatisiert wurde. Dabei gehen durch Maceration Aromen in den Essig über, werden gebunden und so konserviert. Für einen Liter werden folgende Zutaten benötigt. Liter Weißweinessig, 15 bis 20 Gramm Duftfeilchen. Folgende Utensilien werden benötigt. Flasche, größere Flasche, Feinsieb mit einem Passiertuch ausgelegt. Kochlöffel, Trichter, zwei Schüsseln. Zubereitung Zubereitung Die Feilchenblüten mittels eines Kochlöffelstiels in eine Flasche drücken und mit Essig auffüllen. Maceration Die Flasche circa zwei Wochen an einem warmen Ort der Sonnenstrahlung aussetzen. Zwischendurch den Essig immer wieder gut durchschwenken. Filtern Den Inhalt der Flasche durch ein Feinsieb in eine Schüssel abseien. Das Feinsieb mit einem Passiertuch auslegen und den Inhalt der ersten Filtration erneut durch das Passiertuch abseien. Den Essig mit einem Trichter in eine saubere, heiß ausgespülte Flasche abfüllen, natürlich ohne Geschirrspülmittel. Haltbarkeit Dieser Essig hält sich an einem dunklen Ort circa drei bis sechs Monate. Essig zum Würzen von Salaten Abrunden diverser Gerichte Variationen Weitere leckere würzessige und obstessige Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung ária